Junge, 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 er hat Upa so eingeschult, ich ruf ihn mal an. Woher kennst du Jamie? Jamie ist mein Nachbar in dem Berg gewesen. Eiser? Mannheim. Denk mir grad du schaust Highlights. Ne, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du Zeit hast, morgen zum Blasen zu kommen. Äh, grad nicht, ne. Ja, dann verschieben wir das. Das war eigentlich nur meine Frage, Bro. Oh, so, okay. Okay, easy, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Nein, ey, ey, wie hast du Upa eingeschult? Ja, war viel Glück dabei. Ja, mach's dich doch nicht immer so. Muss man jetzt nicht super pushen. Ja, mach das doch nicht so. Abschluss wieder Kacke, weißt du auch? Ne, Abschluss ist gut. Ne, war super, ne, war super. Ja, nicht super, aber... Doch, war super. Upa eingeschult, bisschen mit Körper auf diese Blockade. Manuel Neuer in Station, ne? Muss man auch mal akzeptieren, annehmen. Was hättest du für ein Jubel gemacht, hättest du Tor gemacht? Äh, äh... Dollarzeichen. Ne, okay. Das war... Ich wollte dir nur nochmal sagen, ich hab's grad gesehen und du hast Upa eingeschult. Muss man super machen. Danke. Und Neuer hat ihn auch gut gehalten. Schuss war auch nicht schlecht. Ernst. Danke. Ernst. Und du, gegen Nürnberg sagen, DFB Pokal? Mal gucken. Mal gucken. Zeigen, was sie verloren haben. Weiß ich nicht. Ja, okay. Ja, klar. Heide. Also. Mach's gut. Ciao, ciao. Viel Spaß. Hat Jamie gut gemacht gegen Upa Meccano. Muss man so sagen, oder? Hat er gut gemacht.